Meine Meinung zu Der Unsichtbare, ein Psychothriller von 2020. Ich bleibe jetzt mal wieder spoilerfrei und werde dann am Ende des Videos ein bisschen mehr auf die Kritik eingehen, die man eigentlich nur von sich geben kann, wenn man was über die Handlung verrät. Es ist immer der Trick bei solchen Sachen. Ob ihr ihn anschauen wollt, kann ich euch nicht wirklich sagen. Ich fand ihn mittelmäßig, er ist im Prinzip okay. Aber wenn ihr mehr als die Hälfte des langen Trailers gesehen habt, dann wisst ihr jetzt nicht unbedingt den Super-Twist und ihr wisst auch nicht die Handlung bis zum Ende. Aber ich finde, man nimmt euch einiges. Und ich werde euch dann auch im spoilerbehafteten Teil erklären, warum ich den Film völlig anders aufgebaut hätte. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung von Regie und Drehbuch, aber ich erkläre euch dann auch warum. Also nicht warum ich keine Ahnung habe, sondern warum der Film dann eigentlich viel mehr gewonnen hätte. Aber jetzt bleibt es einfach mal bei mir. Wenn ihr den Film nicht gucken wollt, dann könnt ihr jetzt das ganze Review durchschauen und vielleicht sogar, wenn ihr ganz hart drauf seid, meinen Input nehmen und den Film dann doch angucken. Und dann überlegen, ob wir ihn andersrum gedreht hätte, der nicht viel spannender gewesen wäre. Okay, zurück zum Film. Er hat 7 Millionen gekostet und etwa 64 wohl eingespielt. Liwonelle kennen wir von Zorn und ähnlichen Filmen. Also eigentlich, sollte man sagen, weiß er, wie man Spannung aufbaut. Zorn ist für mich ein bisschen ein schwieriger Fall, weil Zorn ist zwar schon irgendwie spannend, aber grausig spannend an ein paar Stellen. Ich habe nur den ersten und ich habe den zweiten geguckt und dann hat es mir auch gereicht. Um was geht es? Ich beziehe mich jetzt nur auf ungefähr die erste Hälfte des Trailers, wo ich sagen kann, das nimmt euch nicht so super viel, wenn ihr den geguckt habt. Sie ist auf der Flucht von ihm. Ich habe jetzt erst schon an Julia Roberts gedacht mit der Feinde in meinem Bett. Er bringt sich aber dann um, nachdem sie ihn verlassen hat und hinterlässt ihr auch sein Geld, aber mit der Maßgabe, dass sie kein Verbrechen begehen kann, darf und nicht wahnsinnig werden darf. Also das ist auch schon im Trailer wird das so gesagt. Und das ist ja schon eigentlich der Pfad, wo man weiß nicht, mehr mit mehr Zaunfällen kann man fast nicht winken, in welche Richtung der Film dann abbiegt. Ja, und er ist irgendwie unsichtbar oder da ist irgendwas Unsichtbares hinter ihr her. Darum heißt der Film auch der Unsichtbare, soweit kein Spoiler. So, wir bleiben mal noch so in meiner Grundsatzkritik. Der Film ist an einigen Stellen, er könnte mehr Spannung aufbauen, er versucht es auch und er kriegt es an einigen Stellen auch hin. Und an einigen Stellen verkackt er es so wirklich. Weil sie nicht wissen, die Macher nicht wissen, wie man so etwas richtig aufbaut. Das ist schade, der Film ist natürlich relativ billig. Klar, der Film über ein Unsichtbares ist relativ billig. Die schauspielerische Leistung ist okay, es ist im Prinzip nur sie und jetzt, oh Gott, wie heißt du, hab's vergessen zu googeln, die herausragt. Die anderen sind eigentlich nur Staffage und der andere ist unsichtbar. Super. Der Film hat für mich auch einige kleinere logische Brüche. Aber auch das kann ich euch wieder nur im Spoilerteil sagen. Also ich würde insgesamt sagen, es ist ein Film, bei dem man sich eigentlich immer fragt, wie wollen sie das zu Ende bringen? Sie bringen es zum Ende, deswegen ist er okay. Also das ist so ein Film in dieser Kategorie für mich. Ist okay, man kann sich nicht unbedingt so super darauf freuen, dass es mal so wahnsinnige Twists dann erleben wird. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass es super mega spannend ist. Jetzt gehen wir in den spoilerbehafteten Teil. Solange er dabei bleibt, müsst ihr einkalkulieren, dass sich vieles verraten wird. Was ist das Problem des Films? Man weiß relativ schnell, schon wenn man den Trailer bis zum Ende geguckt hat, dass es technisch in diesem Film möglich ist, dass sich jemand aufgrund von Technologie unsichtbar macht. Mit dem im Hinterkopf wird vieles kaputt. Und es gibt diese Szene, wo sie im Bett liegt und dann sich er ihr die Bettdecke wegzieht. Man sieht bloß, dass die Bettdecke weggeht. Das ist so Paranormal Activity mäßig. Und dann merkt sie, dass da jemand in dem Stuhl sitzt. Und dann wirft sie in eine Decke und die Decke fällt natürlich nur direkt auf den Stuhl. Ich habe die Szene jetzt mehrmals angeguckt. Kann man so sehen, dass da einer sitzt? Aber wenn das so dargestellt sein soll, wenn ich das so verstehen soll, dann gibt es für mich physikalisch keine Möglichkeit, in der Geschwindigkeit jemand aufstehen kann und dann völlig verschwinden kann und auch keine Geräusche macht. Was sie in dem Film nämlich fundamental kaputt machen, unsichtbar sein, ist keine Superkraft in diesem Film. Der hat auch sonst keine Kräfte, der Kerl. Er ist nicht schneller und er ist nicht lautlos. Dann gelten alle normalen Gesetze. Deswegen ist es rechtschaffen dämlich, einige Szenen so darzustellen, wie wenn er lautlos von einem Raum zum anderen gehen kann oder lautlos verschwinden kann. Das geht nicht. Teleportieren wäre vielleicht nur so. Und der unsichtbare Teleportator hätte man sogar noch einfädeln können. Okay, gehen wir nochmal so ein bisschen auf die Handlung ein. Ich muss einen Teil davon schon erzählen. Sein Bruder kommt dann so ins Spiel. Das ist so der Verwalter, der anwalthafte Verwalter. Und er fängt an, sie zu terrorisieren. Er schreibt diese E-Mails an ihre Schwester, die dann stinkesauer auf sie ist. Als sie mit ihrer Nichte zusammen an einem Zimmer ist, sieht es so aus, weil ihre Hand führt, dass er ihre Nichte schlägt. Deswegen hat er also systematisch, das ist gut aufgebaut, die ganze Verwandtschaft und ihre letzten Freunde gegen sie aufgehetzt. Sie hat dann in einer anderen Szene einen genialen Gedanken, weil sie Kaffeebohnen ausstreut. Da muss er, wenn er drauf läuft, das ist wieder Physik angewandt, muss es knack, knack, knack machen, lässt sie aber dann mehr oder weniger an der Stelle in Ruhe. Er hinterlässt aber komischerweise sein Handy auf dem Dach. Und da gibt es eine Szene, wo man ganz klar ist, dass es eine Falle ist. Weil sie hat so diesen Gedanken, rufe ich das Handy an. Und dann hat sie die Leiter aufs Dach. Und er will in diesem Aufgang, bei den Amerikanern ist das ja ein bisschen anders, geht diese Leiter wohl hoch. Und sie hat einen guten Gedanken. Es wird auch vorher erklärt, dass irgendwelche Malerarbeiten waren. Und sie schüttelt man einmal weiße Farbe drüber. Und man sieht dann kurz diesen Anzug und ihn. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist sie ganz klar in dieser Situation, in der besseren Situation. Weil ich stelle euch mal das jetzt vor, wenn er real sichtbar wäre. Er würde einfach die Leiter hochkraxeln. Er hat beide Hände voll. Sie müsste ihm eigentlich bloß einen Tritt geben, dann liegt er am Boden. Okay, passiert in dem Fall nicht, er ist ja unsichtbar. Von mir aus, wobei die Farbe hätte eigentlich länger kleben bleiben müssen. Ja, er wäscht sich dann natürlich ab. Naja, von mir aus. Er versucht sie dann umzubringen in dieser Stelle, misslingt ein bisschen. Etwas später versucht sie sich mit ihrer Schwester auszusöhnen im Restaurant. Und auch da, wie man nachher erfährt, ist er. Und das ist so die Schockszene, die sie für den Zuschauer haben, dass plötzlich der Schwester gemacht wird. Und sie dann plötzlich das Messer in der Hand hält. Das ist eher so ein Jumpscare, stimmt nicht ganz. Aber es ist ein Schockmoment. Und der soll einen natürlich ein bisschen rausreißen, ein bisschen übertünchen, dass sie ab dann ein bisschen so in der Unlogik verschwimmen. Es folgen ein paar Krankenhausszenen und ein paar Polizeiszenen. Im Krankenhaus erfährt sie dann, dass sie schwanger ist. Und jetzt wird es interessant. Ja, zwischendurch findet sie noch den Anzug und bringt den in seinem Haus. Das klingt ein bisschen wirge. Ja, in seinem Haus da in Sicherheit. Sie wird aber dann irgendwann, landet sie wieder bei der Polizei. Sie verschwindet dann wieder. Ach ja, mei, 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 leid. Man sieht dann einen Wetterbericht während dieser ganzen Geschichte, wo dann Regen angekündigt wird. Regen ist für solche Filme immer super. Das war gleich mein erster Gedanke. Regen, super, unsichtbarer Regen, da kann man ihn sehen. Ja, toll. Das haben sie aber nicht so wirklich ausgenutzt. Das war die Krankenhasszene, wo er die ganzen Bullen dann umbringt. Äh, Polizisten umbringt, sorry. Sie benutzen diese Regenszene nicht wirklich gut. Es gibt ein paar Momente, wo man dann sieht, dass das Wasser an ihm entlangläuft. Aber dann, wenn dieser Anzug optisch funktioniert und sie erklären es halt mit Technik, dann müssen doch die Linsen total kaputt sein und können ihn doch dann nicht mehr unsichtbar machen. Also ich habe es so verstanden, dass das halt vielleicht Linsen sind und ein Bild projizieren. Gut, sei es drum. Könnte auch irgendeine andere Technik sein. Bin ich jetzt nicht so pingelig. Interessant wird es dann, als er hat ja in dieser Szene gedroht, dass er ihre Nichte umbringen wird. Und dann geht es im Moment, wo sie halt dann ihren Vorgang oder was anruft und sagt, bringen sie in Sicherheit und sie treffen sich im Prinzip alle bei ihrer Nichte und da ist er dann wieder. Sie bringt ihn dann um, nachdem sie mit einem Feuerlöscher sichtbar gemacht hat. Das ist wieder eine gute Szene. Warum hat sie nicht auf das? So was. Und dann merkt man, dass es hier ist sein Bruder. Und dann, what the verdammt. Ja, sie kommen dann zu ihm nach Hause. Er sitzt da gefesselt und sieht dann so aus, wie wenn sein Bruder das alles gemacht hätte, was natürlich Quatsch ist, weil er im Krankenhaus ja zu ihr gesprochen hat. Und wenn das jetzt nicht eine Aufzeichnung wäre, dass er für seinen Bruder das aufgezeichnet hat, weil er droht ja halt da und hier wird er seine Stimme erkennen, wenn sie mit ihm verheiratet war. Also bitte. Wenn das jetzt nicht eine Aufzeichnung war, dann war er das. Und in diesem Zeitabschnitt, wie soll es da gewesen sein, dass die gewechselt haben, er mit seinem Bruder. Er sitzt weiterhin im Keller. Ihr müsst euch das überlegen. Er war gerade noch da mit ihr zusammen im Krankenhaus. Sie hat ihn auf dem Parkplatz im Prinzip angeschossen. Er hat ihr aber vorher gedroht, dass ihre Nichte umbringen wird. Dann versucht sie so schnell wie möglich zur Nichte zu gehen. Da taucht dann aber sein Bruder auf. In der Zeit müssen die gewechselt haben. Für seinen Bruder muss es ja auch irgendwie plausibel gewesen sein, da zu wechseln. Und er sitzt da im Keller gefesselt und gut, ich weiß jetzt nicht ganz die Lokalitäten, aber egal, wie man es dreht und wendet. Entweder muss sein Bruder unglaublich blöd gewesen sein, dass sich da drauf einlässt oder er war schon die ganze Zeit beteiligt. Also er war auch da in dieser Bedrohungsszene schon er, der das Ganze betrieben hat und hat eben dann ihr eine Stimme von dem anderen vorgespielt. Aber wie hat der ursprüngliche Bösewicht, also ihr Mann, es ihm erklärt, dass er da so ein Fake machen soll. Warum? Also hier setzt es ein bisschen aus, die ganze Kohärenz, sagen wir es mal so. Es endet dann so, dass sie über ihn herfällt, also dass sie es so tut, wenn sie sich mit ihm versöhnen will, weil es gibt ja auch noch das Angebot, dass wenn sie das Kind, wenn sie sein Kind austrägt, dass dann alles gut wäre und sie tut so, wenn sie sich mit ihm versöhnen will. Man denkt, dass sie eine Falle locken will mit Polizei und Aufzeichnung und so weiter. Das ist aber nur ein perfektes Alibi, weil sie in den Schrank geht, wo sie weiter vorne den Anzug versteckt hat und ihn dann letztendlich umbringt. Aber es sieht auf der Kameraaufzeichnung so aus, dass er sich selber umgebracht hat. Ich glaube, so war es ungefähr. So, und wo ist das Problem? Und was würde ich anders machen? Jetzt kommen wir zum Karsus Knacktus. Das Blöde ist, dass der Film und die Trailer sich sofort darauf versteifen, dass es er ist und dass er unsichtbar ist. Und dass es eine Technologie ist, mit der er sich unsichtbar macht. Wäre das ganz anders aufgebaut. Sie hätte ihn verlassen, er wäre gestorben. Plötzlich passieren komische Dinge. Und man weiß nicht, wo es herkommt. Und dann dröselt sich das alles immer mehr auf. Und dann plötzlich kommt raus, dass er, ja, das war wahrscheinlich nie über seinen Job geredet und sowas, der super geheime Wissenschaftler ist, der das blablabla technologisch gemacht hat. Und das wäre dann so der Final Reveal gewesen. Nicht Reveal. Reveal gewesen. Und kurz danach von mir aus, dann bringt es ihn halt mit dem Ding von mir aus. Aber wenn man das schafft, das Ganze in der metaphysischen Ebene öfter zu lassen, dass es vielleicht sein Geist wäre. Es gab ja auch diesen Hauchmoment, den ich von Gothica kenne mit Gothica Holy Berry. Fand ich eigentlich ganz witzig. Muss ich mal wieder gucken. Also den fand ich spannend. Hoffentlich ist er das heute auch noch. Es gibt Filme, die guckt man. Guckt man später nochmal, findet sie dann gar nicht mehr so gut. Und wenn man nämlich nicht weiß, ob das echt oder metaphysisch ist, dann schluckt man auch viele von den Sachen vorher, wo ich gesagt habe, mit dem Stuhl und so weiter. Und dann gesagt, es ist vielleicht ein Geist, der sie verfolgt, weil er kann sie nie loslassen und so weiter. Und dann am Ende oder kurz vor Ende so das klar machen. Sie hätte dann auch die Ghostbusters rufen können dazwischen. Nee, Quatsch. Aber der Film hat mich nicht vollkommen überzeugt. Ich hoffe, es gibt bessere Varianten. Es gab damals die Serie der Unsichtbaren. Auch das ist lange her. Das führt jetzt alles zu weit, weil das auch in eine ganz andere Richtung geht. Also ein Film, der mich enttäuscht hat, weil ich mir mehr erwartet habe, weil ich von dem Setting mir viel erwartet habe. Vor allem dieser Psychokrieg, wie er sie versucht, wahnsinnig zu machen. Oder dass sie vielleicht sogar denkt, dass sie wahnsinnig wird. Das kam jetzt so kurz, weil sie selber hat eigentlich nie an sich gezweifelt. Und das ist das, was mir echt da fehlt. Die anderen haben sie immer für wahnsinnig gehalten. Aber so richtig clever wäre es, wenn sie sich selber für wahnsinnig gehalten hat. Hätte. Gut. Falls ihr den Film gesehen habt, sagt es mal was dazu. Ansonsten muss ich natürlich als der Stelle wieder sagen, dass hier irgendwo verlinke ich euch meinen Hauptkanal und hier unten mein Laberkanal, weil ihr wollt ja sicher noch weiter gucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.